Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Schwarzkopf von optionsuniversum.de und heute möchte ich Ihnen einmal erklären, warum wir so gerne Butterflies handeln. Wenn Sie als Optionshändler auf der Stillhalterseite unterwegs sind, dann werden Sie wahrscheinlich so angefangen haben wie die meisten von uns mit dem einfachen Verkauf von nackten Putz. Und dann werden Sie vielleicht festgestellt haben, dass das Risiko doch ab und zu mal ein bisschen groß wird. Wenn wirklich mal was passiert mit dem Anerleihen, die Aktie stark fällt oder steigt oder weiß ich was, dann kann man ein Vielfaches der eingenommenen Prämie verlieren. Das wird jedem schon mal von uns passiert sein. Und dann überlegt man sich vielleicht, na vielleicht ist es doch eine ganz gute Idee, lieber einen Spread draus zu machen, sodass man eine abgesicherte Position hat und kein unbegrenztes Risiko mehr. Das ist dann die zweite Stufe in der Evolution. Und die dritte Stufe ist, dass man richtige Optionsstrategien aufsetzt, wie zum Beispiel ein Butterfly oder, was wahrscheinlicher ist, wenn Sie anfangen, mit einem Iron Condor. Weil wenn man sich so ein bisschen durch die größtenteils amerikanischsprachige Literatur durchblättert oder auch im Internet sich so Videos anguckt über den Optionshandel, kommt sehr schnell die Empfehlung Iron Condor. Weil der Iron Condor hat dieses begrenzte Risiko und trotzdem hat er eine unglaublich große Profitschance. Wollen wir uns das einmal angucken hier. Ich habe das mal wie in einer guten Fernsehküche vorbereitet. Sie sehen hier einen typischen Iron Condor. Ich habe den relativ willkürlich aufgesetzt, ohne da lange in die Analyse einzusteigen. Das ist ein Iron Condor auf dem Russell 2000, einen Aktienindex in den USA. Der hat, wie das üblicherweise so ist, auf der Call-Seite einen Spread und hier auf der Put-Seite einen Spread. Wo habe ich die Wings platziert? Dann gehen wir einmal in die Option Chain, um uns das anzeigen zu lassen. Ich muss ja einmal auswählen, dass ich nur die echten Trades sehen will. So, ich habe die Short Puts bei einem Delta von 15 platziert und die Short Calls, das habe ich ebenso gemacht bei einem Delta von 15 und die zur Absicherung gekauften Long-Optionen jeweils 20 Punkte weiter aus dem Geld. Das ist eine ganz typische Iron Condor-Struktur, wie Sie sie oft finden werden, wenn Sie Empfehlungen durchblättern, wie Sie dann den ganzen Trade aufsetzen sollen. Wenn wir uns einmal den Verlauf dieser dunkelblauen Linie, das ist die sogenannte Expiration-Linie, angucken, dann sehen wir unseren Gewinn oder Verlust dieser Strategie in Abhängigkeit des Underlying-Standes bei Fälligkeit der Optionen, nämlich am 31.12.19. Nehmen wir mal ein willkürliches Beispiel. Der Russell würde steigen von 1550 auf 1626. Dann würde ich hier hochgehen und sehen, ich mache einen Gewinn in Höhe von ungefähr 2375 Dollar. Das ist auch der maximale Gewinn, den ich überhaupt machen kann. Ich habe hier eine relativ breite Range, in der ich meinen Maximalgewinn mache, nämlich von 1396 auf der Unterseite bis fast 1700 auf der Oberseite. Erst wenn der Markt über 1700 oder deutlich unter 1400 fällt, dann werde ich bei der Fälligkeit der Optionen nicht den Maximalgewinn machen. Dann wird es allerdings relativ schnell schmerzhaft, sehen Sie ja selbst. Diese Linie fällt hier steil ab und der Maximalverlust beträgt mehr als das Doppelte, nämlich 7625 sowohl auf der Unterseite als auch auf der Oberseite. Das ist das erste typische Wesen des einen Kondos. Man kann ihn auch anders aufsetzen, bloß dann hat man nicht mehr so eine breite Gewinnrange. Aber wenn Sie so eine wollen und ihn so oder so ähnlich aufsetzen, dann haben Sie immer typischerweise zwar eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit für den Maximalgewinn, aber gleichzeitig einen Maximalverlust, der das Doppelte oder gar das Drei- oder Vierfache sogar betragen kann. Und wenn wir jetzt weiterhin nur auf die Optionsfälligkeit, in dem Beispiel 31.12.2019 gucken, dann kann man vielleicht sogar noch sagen, okay, es ist zwar erstmal ein ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis, aber ich werde in überwiegenden Zeiten den Maximalgewinn machen, nur in seltenen Fällen den Maximalverlust. Stimmt, gebe ich Ihnen recht, wird so sein, aber wenn Sie lange Zeit so ein Iron-Condor gehandelt haben, dann werden Sie feststellen, dass oftmals, Sie machen viele, viele kleine Gewinne, aber oftmals haben Sie also so ein bis zwei Mal im Jahr einen größeren Verlierer. Und das kann schon dazu führen, dass die gesamte Jahresperformance ausradiert wird. Das ist Punkt eins. Das ist Punkt zwei, ist der folgende. Sie haben zwar, es ist, das Leben eines Trades spielt sich vor der Optionsfälligkeit ab. Sprich, was machen Sie denn, wenn morgen der Markt anfängt, stark zu steigen oder stark zu fallen? Gucken Sie dann weiter zu und sagen, mich interessiert gar nicht, was vor der Optionsfälligkeit passiert. Wenn nämlich der Markt, angenommen, morgen anfängt zu steigen, dann rutschen Sie die türkisfarbene Linie hier runter. Machen wir auch hier wieder dieses Beispiel, der Markt steigt von 1550 auf 1626. Dann sind Sie hier. Das bedeutet, dass Sie einen unrealisierten Verlust von 1350 Dollar in diesem Fall haben, der zwar, wenn der Markt sich nicht bewegt von dort aus, wenn er dort sitzen bleibt bis zur Fälligkeit, wird aus diesem Verlust von minus 1300 der Maximalgewinn von plus 2600. Aber die Frage ist doch, können Sie darauf warten und vertrauen, dass der Markt nichts mehr macht oder vielleicht sogar wieder ein bisschen zurückkommt? Wenn er weiter steigt, was passiert denn dann? Dann nähern Sie sich immer mehr dem Maximalverlust, weil Sie dann aus diesem breiten Zelt herauslaufen. Also viel wichtiger als der Verlauf der Expiration-Linie ist eher der Verlauf der T-plus-Null-Linie, dieser türkisfarbenen Linie hier in diesem Beispiel, weil da können Sie ablesen, wie Ihre Position, was die an Wert gewinnt oder verliert, wenn der Markt sich unmittelbar von jetzt an gesehen in irgendeine Richtung bewegt. So, lange Vorrede. Gut und schön, werden Sie sagen, aber wenn Sie schon ein bisschen erfahren sind und auch schon mal den einen oder anderen Butterfly gehandelt haben, werden Sie sagen, da ist doch das exakt genauso. Haben Sie vollkommen recht. Trotzdem hat der Butterfly ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis als so ein Iron Condon. Das möchte ich Ihnen gern beweisen. Ich mache mal folgendes. Ich habe auch ein Butterfly vorbereitet, den ich Ihnen erst mal zeigen möchte. Oh, das war ein bisschen viel. Moment. Hier sehen Sie einen typischen Butterfly. Es ist nichts Besonderes. Auch den habe ich aufgesetzt mit dem gleichen Anerlein, mit der gleichen Fälligkeit und habe Ihnen erst mal, die Wings habe ich so platziert, dass die untere Expiration-Linie, sprich mein Maximalverlust, genauso groß ist wie beim Iron Condor. Ich kann beide Positionen mal übereinander legen, dann sehen Sie das. So sehen wir das vielleicht. Ich erkläre Ihnen, was Sie hier sehen. Die dunkelblaue Linie ist die Expiration-Linie des Butterflies. Die rote Linie, die hier auf der Unterseite und hier auf der Oberseite verdeckt wird von der Expiration-Linie des Iron Condors, des Butterflies, Entschuldigung. Die rote Linie ist die Expiration-Linie des Iron Condors. Die geht also hier auch noch so weiter. Also ich habe die beiden auf ein maximales Verlustpotenzial normiert, damit ich sie vergleichen kann, damit ich auch Äpfel mit Äpfeln vergleiche. So, und jetzt gucken wir uns mal den Verlauf der T-plus-Null-Linien an. Und da sehen Sie, dass bei dem Iron Condor, der hat die gelbe T-plus-Null-Linie und der Butterfly hat die türkisfarbene T-plus-Null-Linie, dass die offensichtlich beim Iron Condor besser ist. Und jetzt sagen Sie, ha, hat der Schwarzkopf sich doch geirrt. Warum ist sie besser? Na, wenn der Markt steigt, dann verlieren sie nicht so viel, wie wenn der Markt fällt. Ja, also vom Risiko scheint der Iron Condor das geringere Risiko zu haben. Wenn wir sagen, wo ist die Chance größer? Gut, dann werden Sie mir vielleicht zustimmen, dass der theoretisch mögliche Maximalgewinn vom Butterfly natürlich größer ist, wegen dieser extrem hohen Zellspitze. Aber ich sage extra, der theoretisch mögliche Gewinn von so einem Butterfly ist das. In der Praxis werden Sie nicht erleben, was Sie denn machen. Jedenfalls, wenn Sie sich an ein vernünftiges Regelwerk halten, dann würden Sie nämlich schon deutlich vor Verfall rausgehen, weil dann auch wieder das Risiko, dass die aufgelaufenen Gewinne wieder abschmelzen, extrem hoch dort. Gut, also spricht doch erstmal alles für den Iron Condor. Jetzt ist aber Folgendes. Ich kann doch auch hingehen und sagen, ich habe jetzt die beiden unteren Expiration-Linie auf ein Niveau gebracht. Wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich jetzt den Iron Condor, so wie er ist, vergleiche mit einem Butterfly, wo ich die Kontraktgrößen ein bisschen reduziere, dann schiebe ich nicht nur die unteren Expiration-Linien hoch, sondern gleichzeitig stabilisiere ich auch meine T-Plus-Null-Linie. Und dadurch versuche ich jetzt einfach mal eine Größenordnung von dem Butterfly zu finden, wo die T-Plus-Null-Linie etwa der des Iron Condors entspricht. Und ich habe das natürlich vorher schon mal ausprobiert, damit ich hier nicht lange rumprobieren muss. Wenn ich nur drei Butterflies handele, statt hier diese vier, dann sieht die Welt nämlich so aus. Da sehen Sie, dass die T-Plus-Null-Linien vom Butterfly und vom Iron Condor ziemlich identisch sind. Während jetzt ist Folgendes passiert. Das maximal mögliche Risiko beim Butterfly ist inzwischen deutlich geringer geworden als beim Iron Condor. Ich habe beim Iron Condor ein maximal mögliches Risiko von 7.600 und beim Butterfly von 5.400. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Weil das ist ja das Schlimmste, was mir passieren kann, sowohl auf der Unter- wie auch auf der Oberseite. Das Risiko ist beim Butterfly offensichtlich jetzt deutlich geringer. Sowohl was die Expiration-Linie angeht, als auch was bis zur Expiration passiert. Gut, wie ist es mit der Chance? Das sehen können wir nicht so intuitiv beurteilen, wie mit dem Risiko. Weil wir zwar jetzt hier das große Zelt haben, aber hier dafür ist das beim Iron Condor breiter. Aber wir haben eine Kennzahl, die uns hilft, das Ganze zu beurteilen. Wie gut ist das Chance-Risiko-Verhältnis? Und das ist der sogenannte Erwartungswert. Darüber gibt es auch andere Videos, können Sie sich angucken, wenn Sie damit nicht so firm sind. Jedenfalls der Erwartungswert gibt uns an, was wir statistisch im Mittel erwarten können, wenn wir den einen oder anderen Trade immer und immer wieder aufsetzen. Und wir vergleichen das jetzt mal. Nehmen wir mal als erstes, dazu muss ich das hier wieder alles rausnehmen. Nehmen wir mal als erstes nur den Iron Condor. Der Iron Condor, hier ist der Erwartungswert zu sehen, hat per 31.12. Optionsfähigkeit einen positiven Erwartungswert von 866 Dollar. Das ist schon mal fein. Wir wollen immer einen positiven Erwartungswert haben, damit wir den Vorteil auf unserer Seite als Stillhalter haben. Aber jetzt gucken wir uns mal den Butterfly an. Gucken Sie sich jetzt mal mit mir zusammen den Butterfly an. Das ist er hier. Hat einen positiven Erwartungswert von über 2000 Dollar. Mit anderen Worten, meine Chance, hier Geld zu gewinnen, ist deutlich, deutlich größer. Das Chancen-Risiko-Verhältnis von dem Butterfly ist wirklich besser als von dem Iron Condor. Sie können mit geringem Risiko ungefähr im Mittel den gleichen Ertrag, hier sogar laut dem Erwartungswert sogar fast den dreifachen Ertrag erwarten. Und das ist doch ein schlagendes Argument, lieber einen Butterfly als einen Iron Condor zu handeln. Das ist der Grund, warum wir so viele Butterfly-Strategien im Portfolio haben. Einfach, weil uns der Butterfly am allerbesten gefällt. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, das war lehrreich für Sie und Sie konnten was mitnehmen aus diesem Video. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann folgen und liken Sie uns doch bitte auf den sozialen Kanälen wie Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube. Wir würden uns freuen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Schwarzkopf. Vielen Dank.